Warum kommt diese Katz-Zieb plötzlich? Was ist der Typ überhaupt? Ach da! Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert mit diesen scheiß Kombos. Was zum Fick? Was ist der Typ? Komm her, Digga. Komm hier hoch. Wieso macht er diesen Scheiß-Skill nicht? Ich drück doch die Scheiß-Tasten. Warum ist der so Scheiße? Warum rutschst du auf den Boden weg, als wenn es Eis wäre? Oder hinten ist so ein rotes Ding. Das könnte man holen. Das könnte man holen. Das könnte man holen. Oh Gott, Clicktime-Event. Das war recht kurzes Clicktime-Event. Alles Hirngespinste, Junge. Die Armee des Imperators ist unendlich. Sie werden dich vernichten. Oder Schlimmeres. Nichts wird sich ändern. Ihr solltet kämpfend sterben, statt in der Kantina zu ersaufen. Ich weiß nicht. Ich habe einen Kontakt dem Senat, der dein Lichtschwert gebrauchen kann. Wo ist dein Schiff? Ich würde es auch noch vorbeikommen. Mensch, immer noch auf die Frauen warten. Mir ist schlimm. Bis die mal vorbeikommen, ne? Noch mal eins von fünf. Bla, bla, bla. Okay, wir haben im Prinzip eigentlich nichts. Hier ist Senebriale in Karbonit ein. Oh, okay, gut. Das haben wir, glaube ich, mit dreien gemacht oder so. Wieso sind die plötzlich Freunde? Er will gar nicht mehr aufwachen. Ich wünsche es mir auch fast. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Jedi-Ordens. Aber du musst nur wissen, dass dort unten etwas ist, das ihm viel bedeutet. Hol es. Vielleicht hilft er dir dann gegen das Imperium. Äh, was holen? Geduld, Junge. Wurden wir gesehen? Nein. Die Tarnvorrichtung ist voll funktionsfähig. Bringt uns runter. Schön, ja. Geh mal runter auf den Planet. Entschuldigung für das Rucken der Zwischensequenzen. Da scheint mir die Neivy-Kälse zu sein, wenn er irgendwie mit dem was nachlädt. Ui, das sieht nachher müssen wir einmal neu starten aus. Das kenne ich schon, das Problem. Keine Ahnung. Ja, die Neivy-Kälse hat auch eine Pre-Release. Da passiert sowas schon mal. Darf ja auch. Schlimmer wäre es, wenn es ein Release wäre. Mit Wine Directs Release ist das einfach alles so arschlarm. Dann macht das einfach keinen Spaß. So ist es ein paar bereit machen, auch für ein komplett zerstörtes Hauptmenü. Wenn ihr das mit dem Laden dann auf die Reihe kriegt heute noch. Wenn er das hinkriegt. Ja, so. Okay, ich habe jetzt erst das Hauptmenü. Kurz beenden. Spiel neu starten. Dann geht es weiter. Okay. 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 Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Ich wünsche es mir auch fast. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Gideons. Aber... Okay. Also das drücken und... Ich muss gerade noch... Oh, fick doch die Hände. Kota, ich glaube, ich habe was gefunden. Was? Eine alte Hütte, aber... Sie ist mir... Vertraut. Ich spüre... Ich spüre Dunkelheit. Und Trauer. Wende dich ab. Setze die Mission fort. Es gibt Dinge, für die du nicht bereit bist. Was ist da drin? Das weiß ich nicht. Ich habe die Macht verloren. Doch gehst du hinein, bist du allein mit dem, was du vorfindest. Das ist doch die Hütte, wo er am Anfang gekidnappt wurde von Darth Vader. Auch wenn alles komplett anders aussieht. Das habe ich dir nie gewünscht. Nichts davon habe ich mir für dich gewünscht. Verzeih mir, mein Sohn. Der Blick. Vater, nein! Juno an Starkiller. Ist alles in Ordnung? Wir hatten kurz den Kontakt verloren. Ich... Mir geht es gut, Juno. Ich bin nur etwas durcheinander. Also, ich registriere eine große imperiale Einrichtung direkt voraus. Was ihr sucht, wird sicher da drin zu finden sein. Ich versuche gerade nochmal... Ich wollte eigentlich diese komischen ganzen Schrott-Cuts von Herrn Lern. Also... Ich weiß gerade echt nicht, wie das gehen soll. Weil ich habe doch hier diese dummen... Macht-Kombo-Dinger. Ah, das ist die Waschmaschine hier so rum. Also Scheiß, was subbt ihr die ganze Zeit so? Also Macht-Schub ist klar. Das ist einfach nur B. B aufhalten ist klar. Macht-Blitz ist Y. Das ist auch klar. Macht-Griff ist halt RT. RT, ja. Verbessere... Verbessere Griff, halte RT, dann RT. Oh, okay. Rückstoß, Lichtschwert, Wurf, Blitzschild... Nein, das ist nicht, ich sage nicht, ich suche. Ich suche... Lichtschwertstoß, X und B. Ah! Ich sage nicht... Oh, komm! Ah! doch die hände da kommst du ja nicht weiter oder das geschehen zwischen die fans katzen irgendwas ich habe dort unterbricht was ist das denn leute was ist für ein game design so damals schon nicht cool das war es schon ein so ding ruhe augen oder augen auch hohe jetzt so dass sie klingt nach remy demmi aus aufladen ja das ganze weg sprengt ja das hat so richtig gebracht wait ach warte das ist so ne aktion hauptsache ich seh das scrap target einfach nicht weil das irgendwie in der tür drinnen ist also durchgehen lassen ja 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 sag ich habe es nicht meine rohers krebs oder dass hier ein typ auf das abgeben da okay also die dinge abziehe kriege ich heiße luft in die fresse und das tut weh gut habe ich verstanden Fick doch die Hände, Alter. Das ist doch kacke. Tja, unpraktisch. Das war jetzt irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber hey, also fast haben wir es. Also fast. Schmeißt ja ein Eiferser runter, Alter. Ich hasse es, wenn ich nicht vorwärtskomme bei irgendeiner Scheiße. Vor allem, das ist ein Kaxus. Warum ist das so schwach? Oder bin ich so schlecht? Das kann doch nicht sein. Das ist so schwach ist das. Master, es ist ein Fugturm in der Ehe. Zerstören Sie ihn, um die infrinalen Übertragungen in diesem System abzuschneiden. Na, da sammle ich mir gerade Unverwundbarkeit rein. Nur um dann direkt dahinter in den Abgrund zu stürzen. GG. Ach, come on. Das ist doch nicht mehr... Kann man nur so schlecht sein. Hallo? Gehst du jetzt einfach mal... Nein, wir lassen uns einfach abballern, ne? Ist ja viel geiler so. Master, es ist ein Fugturm in der Ehe. Zerstören Sie ihn, um die infrinalen Übertragungen in diesem System abzuschneiden. Äh, ich hab das doch da so ein Ding gesehen. Was zieht der auf den Scheiß tief, Alter, da oben? So kann ich ihn nicht treffen. Hm. Boah, da oben. Das hätte ich eigentlich eher weh tun sollen von mir. Aber warum schlecken die so extrem viele Laserschuss-Dinge ein? Was ist das, was der Funktomation stören sollte? Das hat ja richtig geil funktioniert. Ich wollte es sagen, ich habe die Wuppertigkeit verbraucht, bevor ich sie überhaupt benutzt habe. Warum fällt der da dran vorbei? Hallo? Wieso fällt der durch die Dinger durch oder habe ich jetzt gerade einen Knick in der Optik? Boah, da hinten ist noch so ein komisches rotes Ding gewesen, na egal. Da bin ich aber nebengewatschelt. So, ok, also weiter geht's, nachdem wir hier aufgeräumt haben. Ich würde gerne in der Autor. Ich würde gerne in der Autor. Was wäre das, was da gerade weggeflogen ist? Schwarze? Hauptsache, die NPC sind immer komplett local. Alles klar. Ah, das ist der Funktom, der zerstört wurde, der zerstört werden sollte. Das würde mir gar nicht so verkehrt werden, wenn die Dreck lang gelaufen wären. Super. Was hängt das denn die ganze Zeit? Die 10 hat das auch nicht so ganz, dass der Starke da, ha? Ja. 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 Ja.